Hi meine Freunde und wir sehen uns heute mal wieder auf einem neuen Video von meinem Kanal. Ich weiß nicht, ich habe jetzt einen neuen Spruch, aber das ist auch egal. Endlich wollte ich was anderes erzählen und zwar, wieso ich so lange kein Video gedreht habe. Und zwar war mein Handy bei der Reparatur und ich war auch einmal auf Klassenfahrt. Und ich wollte ja auf der Lassenküft-Channel erzählen, was ich machen wollte und da tut es mir leid, denn mein Akku war fast leer, deshalb konnte ich nicht mehr weiter drehen. Deshalb habe ich es jetzt hier gesagt, so Leute, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert meinen Kanal.